Wir hatten über das Thema Depression einmal, paar Mal kurz geredet, aber nicht wirklich, was der Zusammenhang ist, was Testosteron und Depression, wie das einfach Zusammenhang ist. Kannst du uns dazu irgendwas sagen? Hängt das wirklich miteinander? Ist das wirklich verknüpft? Also ja und nein. Das Ding ist so, wir, also Kollege hat ja mal den sehr, sehr kontroversen Satz gebracht, dass er gesagt hat, alle Leute, die Depression haben, haben einfach nur einen Testosteronmangel. Gut, wir hatten jetzt das Thema Stimmung, Depression, ob man zufrieden ist mit sich selber im Bodybuilding. Der Stressfaktor spielt ja auch eine große Rolle auf die körperliche Verfassung. Also wenn man Stress hat, dann ist das so, dass die Muskeln dann nicht so richtig wachsen, als wenn man glücklich und zufrieden ist mit seinem Leben. Ja, das stimmt. Da das ja ein großer Faktor im Bodybuilding ist, kann man irgendwas nehmen oder irgendwas tun, dass man glücklicher wird mit sich selber oder mit seinem Leben. Dass man nicht die ganze Zeit so, weißt du, sich so Gedanken, Sorgen macht und so ein Pessimist ist. Sehr zweischneidiges Schwert, weil man hier jetzt rein chemisch betrachten muss, welche Stoffe unterdrücken Cortisol zum Beispiel aktiv. Ja. Hier geht es wirklich um das Stresshormon Cortisol. Natürlich geht es auch ein bisschen um Katecholamine, das heißt Adrenalin, Noradrenalin und so weiter. Aber weniger. Also hier geht es tatsächlich hauptsächlich um Cortisol, um das Stresshormon. Wenn das freigesetzt wird, dann ist es halt so, dass Katabole-Prozesse in Gang kommen. Ja. Und Cortisol ist ein klarer Gegenspieler von Testosteron. Zwar ist es so, dass Testosteron und viele andere Steroide hauptsächlich in ihrer Funktion Cortisol unterdrücken. Ja. Bis hin zu Trembolon, das ist quasi vernichtet, ja. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, das ist unfassbar gefährlich für uns. Wir brauchen Cortisol und die Nebennierenrinde muss weiter gesund Cortisol und andere Hormone produzieren. Jetzt ist halt die Frage, nehme ich etwas, um das Cortisol nur für mich zu überdecken und das ist trotzdem eigentlich da, das ist jetzt nicht wirklich hilfreich? Ja. Oder gibt es wirklich Stoffe, mit denen ich Cortisol plätten kann, auf gut Deutsch, aber das wiederum ist gefährlich für die Nebennierenrinde und für den Haushalt langfristig? Das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, so hart es klingt. Wenn du anfängst, Cortisol zu unterdrücken, außer mit natürlichen Stoffen, wie zum Beispiel Ashwagandha oder so, aber das ist halt so winzig, ne? Du unterdrückst es auch nicht richtig, du rückst es so ein bisschen wieder in den richtigen Rhythmus. Wenn du halt anfängst, es wirklich gezielt zu unterdrücken, hast du wie so ein Guthaben, das du aufbrauchst. Das kannst du eine Weile machen, aber es wird sich rächen. Okay. Muss man halt wirklich sagen. Da empfiehlt es sich fast schon ein bisschen mehr, das zu überspielen, weil diese überspielenden Drogen, wie zum Beispiel Cannabis und was weiß ich, die sorgen halt schon dafür, dass du runterfährst. Oder auch CBD zum Teil. Also du fährst schon runter, aber auch hier hast du in meinen Augen ein anderes Guthaben, das ansteigt, das du verbrauchst. Cannabis hat ja, sage ich mal, unterbewusst auch so ein bisschen das Potenzial für Depressionen. Ja. Weil du dich einfach sehr an den Status gewöhnst, weil du in der Regel so ein bisschen fauler wirst, so ein bisschen weniger tust, gilt nicht für alle, ne? Aber das hat so unterschwellig auch Richtung einprozentige Chance auf Psychose immer noch, darf man nicht vergessen. Richtig. Das hat immer noch so einen anderen Beigeschmack. Das heißt, alles, was du tust, damit gehst du quasi so eine kleine Schuld ein. Ja. Und das, was man hauptsächlich tun kann, ist wirklich mit Hormonen tun, was man kann, zum Beispiel DHT, Drostanolone sorgt ein bisschen fürs Wohlfühlen, das geht gerade noch, aber ansonsten Lifestyle. Ja. Man muss sich selbst, glaube ich, mindtechnisch ein bisschen coachen, gesund glücklich zu sein, sich über Dinge auch mal zu freuen, auch mal den Moment zu leben, früh schlafen zu gehen, die sozialen Kontakte zu pflegen, selbst wenn man merkt, dass sie einem unwichtiger werden. So, wenn die Freundin sich mit irgendjemandem treffen gehen will, geh doch mal mit, sei nicht immer der Spielverderber. So, find nicht alles immer scheiße, was nicht Bodybuilding ist. Also vielleicht die Antwort nicht immer direkt im Stoff suchen, sondern auch mal anderweitig gucken in seinem Leben, was man optimieren kann, damit man einfach glücklicher wird und damit man nicht so viel Stress hat, was dann letztendlich auch positiv ist. Genau. Auf dieses Bodybuilding. Genau. Du sagst schon was Gutes, die Antwort nicht im Stoff suchen, also im Grunde genommen, kehren wir es vielleicht mal ein bisschen um, die Antwort ist schon irgendwo im Stoff zu finden, dass du halt vielleicht nicht year-round so non-stop irgendwelche krassen Cortisol-Blocker drin hast oder Cortisol-Unterdrücker oder halt Sachen, die dir so krass auf die Stimmung gehen langfristig, wie ein Trembolon zum Beispiel, dass du da einfach so ein bisschen vorsichtig bist oder dass du aber auch nicht irgendwie bei jeder Kleinigkeit anfängst, Benzodiazepin zu nehmen zum Schlafen oder was weiß ich. Oder dass du halt nicht irgendwelches SEMAX die ganze Zeit reinhaust oder so. Also alles, was dich so ein bisschen stressmäßig abstumpfen lässt. Ja. Ich weiß nicht, irgendwann muss das doch auch wieder weg. Ja. Und dann ist ja wahrscheinlich dein Stresspegel von außen subjektiv noch gestiegen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe extrem viel zu bewältigen, extrem viel. Und wenn ich jetzt anfangen würde, mir die ganze Zeit irgendwas reinzuknallen, das mich den Stress besser bewältigen lässt, dann wäre ja die logische Konsequenz, dass ich dann noch mehr tun würde. Ja. Noch mehr als jetzt. Und du wirst halt abhängig von dem Scheiß dann, was du halt nimmst. Genau. Was ist, wenn du es irgendwann weglässt? Ja. Dann musst du dir vorstellen, so ein Wasserfall aus Stress erdrückt dich einfach. Ja. Davor hätte ich so ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. So entstehen Süchte dann natürlich auch. Also du wirst halt langfristig von dem, was du da nimmst, sei es jetzt ein Joint oder irgendwelche Tabletten, Schlaftabletten, die du dir abends reinpfeifst, macht dich wahrscheinlich dann sehr schnell abhängig. Ja. Es gibt genug in der Richtung. Es gibt sehr viel geiles Zeug, das man so ein bisschen für die Leistungsfähigkeit im Kopf nehmen kann. Alles Mögliche. Man muss halt, also ich finde auch, es ist nicht falsch, das zu nehmen. Ich finde, der schlimmste Schritt ist dann getan, wenn du den ganzen Alltag damit bestreiten musst. Ja. Wie ist so deine Herangehensweise, wenn ich fragen darf im Coaching, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich habe sehr, sehr viel Stress, was mich daran hindert, wahrscheinlich meinen Bodybuilding-Lifestyle auszuführen. Gibt es da eine Sache, die du direkt erstmal sagst oder ist das immer individuell von Mensch zu Mensch, was du halt dann empfiehlst? Oder ist das überhaupt eine Thematik, mit der du dich auseinandersetzt, wenn halt ein Klient zu dir kommt? Sehr oft. Also wir haben ein Zeitalter, in dem niemand Feierabend hat. Ja, das stimmt. Wir haben ein Zeitalter, in dem jeder drei bis vier Jobs hat. Wir haben immer zwei Personengruppen, du und ich. Wir sind selbstständig. Ja. Konsequenz, wir haben niemals Feierabend. Richtig. Ich bin hier Montagmorgen bei dir um 8 Uhr aufgeschlagen, habe auf dem Weg gearbeitet, habe Nachrichten gemacht und habe bis gestern Abend 19 Uhr noch Nachrichten gemacht am Sonntag. Ich habe 2 Uhr nachts noch geschnitten gestern. Danke. Also ich habe vier, fünf Stunden geschlafen und sitze jetzt hier. Das ist Fakt. Das heißt, man kann sich heutzutage noch mit Geld verdienen, ein schönes Leben machen. Aber Leute wie du und ich sind dafür nonstop am Tun. Wir haben noch das Glück, dass wir das lieben, was wir tun. Genau. Deswegen merken wir das erstmal nicht so sehr. Aber jetzt nehmen wir jemanden, der nicht selbstständig ist. Was ist denn seine logische Konsequenz? Erstens, er macht immer mehr, als er soll. Ja. Er möchte höher kommen, weiter kommen. Das wird erstmal nicht belohnt, aber vielleicht steigt er dadurch auf. Das heißt, Feierabend gibt es nicht mehr. Ich kann froh sein, dass ich den Job überhaupt habe. Vielleicht habe ich da eine Möglichkeit aufzusteigen, aber irgendwie kriege ich doch nicht genug. Also was machen? Ich kenne fast, also fast alle im Coaching arbeiten noch irgendwo anders. Ich meine, ich habe auch viele Unternehmer, ich habe viele Selbstständige und alles Mögliche. Aber die, die das nicht machen, die sind entweder mittlerweile Schichtarbeiter, weil da wirst du am besten bezahlt. Oder die haben zwei, drei Jobs und die arbeiten sich kaputt, damit sie sich ihre Standards, ein schöneres Auto leisten können. Oder einfach nicht so aufs Essen gucken, also nicht so aufs Geld beim Essen gucken, das Coaching leisten können und so. Ich habe gerade im letzten Jahr, glaube ich, gemerkt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Der Anstieg, finde ich, an Schichtarbeiten ist unfassbar. Also es ist krass. Es sind so viele Leute mittlerweile, die einfach Schichtarbeit machen, weil du dadurch viel, viel mehr Geld verdienst. Das ist ein Dauerthema bei uns. Das heißt, ich versuche natürlich immer die Trainingspläne effizient zu gestalten, aber die kollidieren dann meistens so ein bisschen mit den Zeitplänen der Menschen. Dann heißt es schon wieder so, also mach mal eine Wettkampfdiät mit Schichtarbeitern. Geht, habe ich sehr viele, aber ist natürlich was anderes. Wann machen wir das nüchterne Cardio? Machen wir es überhaupt? Was machen wir in der Mittelschicht? Was machen wir in der Spätschicht und so weiter? Meine Trainingsplansysteme und Ernährungsplansysteme sind insoweit recht individuell, dass man sich das anpassen kann, wenn man das möchte. Wenn man das nicht möchte, schafft man es auch nicht. Weil viele wollen halt ein Coaching, aber entschuldigen sich von Anfang an schon bei sich selbst und sagen, ja, aber bei mir ist es ja besonders schwer. Also halt, das kann ich nicht machen, denn ich bin ja ein ganz besonderer Fall. Bist du nicht so. Jeder lebt heute in diesem Modus. Es ist traurig, aber es ist jeder, jeder, jeder lebt heute in diesem Modus. Klar, es gibt winzige Ausnahmen wahrscheinlich, die von vornherein irgendwie finanzielle gute Möglichkeiten gehabt haben. Gibt es. Aber das ist halt wirklich heutzutage die Minderheit geworden. Was wir so machen, ist ganz viel gucken, wie sind die Schichten. Ausprobieren, wie viele Trainingstage kann derjenige bewältigen. Die Ernährung so anpassen, dass es funktioniert. Mit Supplements versuche ich bei Stress ein bisschen entgegenzuwirken. Aber du hast halt den Faktor Supplements, du hast den Faktor Schlaf. Das sind die hauptsächlichen, die du im naturalen Bereich machen kannst. Dann hast du im nicht naturalen Bereich Peptide wie Ipamorilin, die den Schlaf verbessern können. Dadurch hast du mehr von wenig Schlaf. Sehr wertvoll. Und dann hast du halt Steroide so ein bisschen, die das Stresslevel leicht drücken und dich leistungsfähiger machen. Aber das war es auch schon. Und Fakt ist ja, wenn jemand so ein Schichtarbeitssystem hat, da gibt es ja auch Studien, die belegen, dass das Gehirn um 50 Prozent schneller altert und so weiter. Okay. Und das ist schon krank. Also das heißt, du hast halt jemanden, der niemals zur selben Zeit seinen Schlaf hat. Das heißt, der Körper kann sich kortisoltechnisch gar nicht auf einen zirkadianen Biorhythmus einstellen. Stimmt, ja. Das geht nicht. Und das macht dir langfristig zu schaffen. Und dagegen sind weder Steroide noch Ipamorilin noch Schlafsupplements langfristig gewappnet. Das heißt, meine Aufgabe ist es in dem Fall natürlich, demjenigen immer den Schlaf, den er in dem Moment hat, so effizient wie möglich zu gestalten. Ja. Darüber holst du das meiste raus. Und Training und Ernährung so anzupassen, dass es für ihn machbar ist, mit Familie, Kindern auch noch, Wochenende weg sein, was weiß ich. Krass. Und dann kommt irgendwann der Punkt, an dem ich so sagen muss, jetzt haben wir alles so eingerichtet, dass es für dich machbar ist. Aber mit den Zielen, die du dir gesetzt hast, geht das leider nicht konform. Verstehe. So kannst du kein Bodybuilder werden, so kannst du nicht das und das Maß an Muskeln aufbauen, da muss man irgendwo einen Punkt machen. Ist krass, aber die meisten schaffen es, weil sie einfach mehr reinstecken. Auch Meisterschaften wie die Dennis James Classic zum Beispiel dann der Sache so dermaßen die Krone aussetzen, mit unfassbaren Kosten, wo man das Gefühl halt hat, dass Bodybuilder selbst ausnutzen, dass andere Menschen diese Liebe für den Sport quasi über alles stellen. Ja. Menschen, die kein Geld haben, wenig Geld haben, gerade in dieser Zeit. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're responsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I want to fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions. They block in your vision. But no, you can't listen. That shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it.